Willkommen zur neuen Minecraft-Folge Wir zocken hier zusammen ein bisschen in unserer Minecraft-Projekt-Welt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, lasst gerne ein Abo und ein Like da Wenn du mich fragst, ich bin bei meinen Hühnern, ne? Hab ich gesehen Leder, 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 Leder Schwer, schwer Juhu, hätten wir auf unseren Touren einfach alle Scheiß-Drecksdinger gekillt, ne? Immer Alle Kühe... Bin ich gar nicht so sicher, ne? Ob wir dann wirklich so viel trotzdem hätten, ne? Ja, mehr als jetzt Ja, das sowieso, aber... Oh, leck Mit also, ich sag mal so Verbrennung gar nicht mal so cool, um Endermänner zu farben Echt? Ja, weil die sich die ganze Zeit wegporten, wie nervig Ah, okay, ja, das macht Sinn Verbrennung find ich eh Quatsch Ja, ich hab Rückstoß Ob das so viel besser ist, weiß ich auch nicht Das ist kompletter Schwachsinn Na, also Ich weiß auch nicht, ob ich deswegen noch irgendwie einen neuen Diamond-Schwert machen soll Auf jeden Fall, ja Tausendprozentig Weil das ist kotze Ich suche Okay, viel Spaß, Abenteurer Geh Und mach es, Rico Du schaffst alles Wenn... Wenn wir nicht so ein paar Leder Haben Ja, wie gesagt, eigentlich bräuchte ich drei Leder, um auch wieder so neuen neuen Typen zu machen Das wäre ja auch ganz geil eigentlich, ne? Was für einen neuen Typen? Warte mal, Rico Können wir das jetzt abbauen und einfach für einen neuen benutzen und den da drinnen festlagern trotzdem? Oder ändert der sich trotzdem, wenn man das abbaut? Wenn wir einen nicht mehr brauchen Dann können wir doch so eins eh klauen Ja Okay Dann probier... Nimm mal Schutz 3 nochmal einmal Kann ich gerade nicht Ich brauch Bücher dafür Aber dann mach das Und dann probieren wir das mal aus Ob der dann noch immer bleibt Dann brauchst du das selber Schutz 3 noch Ne, brauch ich nicht, wofür denn? Hast du überall Schutz 4? Ja, bei den Füßen habe ich halt Schutz 4 mit, äh, Feuer Aber ich glaube, ich will auch einmal Feuer haben Deswegen Finde ich jetzt gar nicht so schlimm Aber wir werden ja auch noch einen Schutz Und alle anderen dafür mehr schaden Ja, wir werden ja aber nochmal Schutz 4 irgendwo herholen, oder nicht? Also ich werde jetzt nicht zwei Bücher da kombinieren, auf jeden Fall Das kostet halt nicht mal viel Ja, wenn wir einmal... Rico? Ich sehe hier schon wieder den Müll rumliegen Ähm, keine Ahnung Keine Ahnung Wir haben noch hier extra einen Mülleimer Leider Ja, dann... Ne Der ist aber dann nicht da, wo ich gerade bin Achso Mhm Dann bau doch einen Delete Button ein Dass man in seinem Envy Sachen schrotten kann Dann bau doch einfach den Lügen drin, ne? Das wäre natürlich echt gut Würde ich einfach auch mal vorschlagen an das Spiel Dass die sowas halt dann machen wollen Mhm, ja Das macht ja schon Sinn und ist eigentlich völlig geil Ja, ja, ja Das haben sie natürlich dann... Oh, tut's mir leid, dass ich natürlich jetzt hier was gesagt habe Na, jeder hat so Sachen, die der andere nicht mag Ich mag deine Hühner zum Beispiel nicht Ja Mag dich nicht Ja Und das kann man halt alles nicht ändern Äh Ne, ich muss sagen, ich mag meine Hühner sehr Ich verstehe auch gar nicht, was du gegen die hast Oh, gib mir die NAP ein Wollen wir noch eine Workbench daneben bauen? Wohneben? Oben auf dem Dach Wozu? Damit ich meine Sachen herstellen kann und nicht immer runterlaufen muss Ist einfach Ja, mach, aber du könntest die natürlich auch vorher herstellen und dann erst hochgehen Ja, aber ich weiß ja nicht, ob ich so viel brauche, weißt du Oh, ein Hase So, zack So, was ist so, zack Bann 4 brauche ich nicht, ne? Oder was ist Bann, Rico, auf Waffe? Die gleiche Kacke wie letztens, weiß ich nicht Irgendwas, was hat das Band, wenn du halt Monster schlägst Ja, das macht natürlich Sinn Schärfe 4 Auf Schwert Was soll ich behalten? Tu ich drauf und Rückstoß 2 Achso Ich dachte nur, du meinst so ein Typi Nee, ich hab dann kurz Auf mein Schwert gemacht Kann ich jetzt eigentlich kombinieren? So mit Rückstoß willst du da gar nichts kombinieren Okay, so schlimm? Ja, das ist kompletter Müll Oh mein Gott Luki Mein Bester, wie geht das dir? Was geht, Luki, dicker? Weiß ich jetzt auch nicht Ich finde keine Kühe Ja, Kühe sind auch echt wirklich mangelbar Ich hab auch richtig lange gesucht, bis ich überhaupt welche hatte, dass ich die hier hinbringen konnte Schweine, Schafe, alles was man sonst nicht findet Ja, ja So eine Kacke, schmutzig Luki sagt auch High Shocks Was geht, was geht, was geht Ähm Wie geht es dir, Luki? Gut, gut, ja, das freut mich zu hören Ich sehe ab und zu bei Snapchat, was bei dir abgeht Snapchat? Ich sag dir ehrlich, ne, meine, meine, ähm, Zuschauer von Twitch, besten Instagram-Follower, ich sag dir Die schreiben mir immer, die liken meine Sachen, gucken immer alles an, ich liebe die Oh, sehr gut Und auch die, die dich draußen nach Fotos fragen, wenn du nur einkaufen gehen willst Ja, genau Aber da kann man halt nichts gegen machen, das gehört halt zum Job dann halt irgendwie auch dazu, ne Zu einem gewissen Maß natürlich, ne Also irgendwie hätte ich gerne auch einen Haltbarkeit, äh, Typen Wieso? Nur fürs Schwert? Ja, und generell, ja Ach, weiß ich doch auch alles nicht, Mann Ja, normal, da wird, äh, durchgezogen Ja, Kurs geht raus Wie oft geht's ins Studio? Junge, Luki, du bist so breit, du bist so ein Pumper Wirklich so eine Maschine, so ein Tier Ja, also ich sag mal so, Luki hatte ja, ich weiß ja nicht, wie es jetzt ist, aber früher ein paar Kilo mehr drauf Wenn er jetzt trainieren geht, wirklich viel, dann, pfff Dann kann das schon krass werden Was würdest du da machen? Krass finden? Ja Äh, vier bis fünfmal oder sechsmal die Woche Hab's sogar zugenommen, ja krass Ja, okay, gut, aber an Muskeln ist ja dann eher gut, ne? Aber ich muss sagen, irgendwie, früher hab ich auch mal so Bock Muskeln gehabt, so viele Aber jetzt gar nicht mal so krass breit bei mir, sondern eher nur Brust, Arme bisschen, Bauch flacher und dann wär ich schon, wär ich schon zufrieden So fast alles Nein, also nicht so breit, sondern halt eher Hab ich ja schon tausendmal geschickt, Riko, will ich dann Denk Pferde Leder? Nein Oder, weiß ich nicht, probier Ich möchte auch keine unschuldigen Tiere ermorden, ne? Versteh ich halt einfach nicht Kau wiegen Achso Okay, mache jetzt Posing, ich will's sehen Hier, was heißt das, Riko? Ja, aber so Ich muss auf jeden Fall Also was ich machen möchte, ist halt Vielleicht noch ein bisschen mehr Sport Aber nur ein bisschen Und dann halt abends wieder nicht so viel fressen, ne? Ich könnte jetzt schon wieder Hä, warum lag hier einfach eine Enderpelle auf dem Boden? Vielleicht ein Enderman, der weggeportet ist und dabei noch verbrannt ist Hm, kann natürlich sein Yes, Sir Deine Muskeln musst du jetzt zeigen Ja, warte, ich kann mal zeigen Aber ich halte gerade bei mir ein bisschen Warte, ich muss kurz mein T-Shirt ausziehen Also, warte, mein Pullover Eklass Mein Beileitschat So, warte Falls ihr auf TikTok seid und meine Muskeln sehen wollt, kommt gerne rüber Ah So, warte Okay Äh, Tim, haha, lol Witzig Sieht man schon was? Sieht man das? Ich glaube, man sieht gar nichts, Digga Oh, 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 ja Auf jeden Fall Das ist ganz falsch, wenn man es nicht sieht Darf ich kurz Discord? Ne, gerade nicht Uh Ah Ich wollte gerade nicht Oh mein Gott, Junge, das tat fucking weh So Unendlich Nur kurz Ja, komm, ich ruf ihn kurz an Ich bin gleich wieder da, Schox Wo ist denn Loki? So, Loki Ich rufe sie an, Herr Loki Warte, warte, oh mein Junge, ich starte kurz Warte, 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 kurz Ich muss kurz das Bild Warte, warte, kurz Bist du angezogen? Ja Okay, warte Junge, ich krieg hier Herzinfarkt, Junge Okay, zeig Bam Tschüss, einfach ein anderer Mensch wie damals, Alter Holy shit Warte Nein, warte Bitte, ey, Loki, sag bitte Bescheid, wenn sie sich ausziehen Er zieht sich wirklich aus Ich krieg hier noch Werbung, aber ich seh schon vor mir Warte, man sieht, hat nix Jetzt warte, ich mach mal hier So, warte So, Loki Zeigst du jetzt grad, was du hast? Warte, ich seh nix Junge, er ist wirklich nackt, Alter Ich kann das nicht mehr Junge, ich seh nix, Loki Du brauchst es mir nicht Zeigst Ich kann's nicht angucken Ah, ich kann das nicht mehr Okay, bis dann, Loki Ciao Junge, ich kann das nicht mehr Junge, Rico, fast Permaman, wir kommen Junge, Alter, Schede So, wieder da Zack, Rico Alter, dann zieht er sich da aus in der Cam Ich denk mir, sowas geht jetzt ab Und was hat das mit dir gemacht, als er sich entblößt hat? Ja, ich dachte kurz, mein Leben ist vorbei wegen Permabann Ja, das würde ja noch gehen Ne? So Wer soll dich hier genau reporten und bannen? Ja, die Hater sind überall, ich sag's dir Mhm Safe So, Kühe wollen wieder Liebe machen Zack, 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 zack Geil, ich werd zugucken, Alter Rico, heute bist du aber sehr sexuellitisiert, ne? Nee Ja, doch, merk ich schon, Hänger Hä, war doch gut Das ist was ganz Normales Ja, ja Ich find's halt interessant, wie das bei Tieren ist einfach auch Achso, ja, das kann man natürlich verstehen, ne? Aber, hey, Luke, ich hab jetzt nur Arme gesehen, aber Arme waren schon heftig Ich glaub, Luke, ich hätte gerne so, wie deine Arme sind Aber Nicht in Breit, sondern, aber Kann man das verstehen? Nein, ne? Er will längere Arme Nein Hm Hm Ja Kannst nicht genau erklären, aber ich, wieso Wie das Wenn du anspannst, ist, so möchte ich gerne Maximum haben Ne? Also, wenn das so ist, dann ist so schon richtig gut, ne? Dann wär ich zufrieden Nö? Nö, ja, kriegt man hin, alles gut, ne? Alles ist gut, Leute Habt da auch keinen Stress, ne? Aber Ja, kriegt man hin, Leute, alles ist gut Nö? Nö, Leute Wie lange gehst du jetzt schon, Luke, hier ins Fitti? Kommt, 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 essen Und wie lange bist du mal dort? Vier bis fünf Monate, ja, krass Aber da hat man schon, finde ich, schon Krass was gesehen, auf jeden Fall einen Arm Wie gesagt, den Rest konnte ich halt nicht erkennen Würde an deiner Stelle nochmal zeigen, Luke Dass er nochmal genauer hingucken kann Ja So, ich hab jetzt ein paar Bücher Hast du jetzt meine Kühe getötet? Nein, ich bin rumgelaufen, hab Kühe gesucht Gut Ich hab die Liebe voll aufgezogen Zwei, drei Stunden, ja, krass Vier Ja, aber nimm schon Zeit Es stimmt schon Zeit in Anspruch, ne? Protection drei Und jetzt brauch ich noch Mending Nee Ja Ja, ja, ja Er muss nur auf Instagram gehen Ja, aber ich würde mir mal angucken, okay Noah hat mir auch heute schon gefragt Er folgt mir auf Instagram, du verpasst alles, was in meinem Leben abgeht Dann bin ich dem gefolgt, ich folgte, hab ich ja schon gefolgt? Ich folgte auf jeden Fall Ja Folg dir auf jeden Fall dann auch mal rein Ja, was machst du? Was, der Plan, Rico, was geht? Ich muss meine Kugeln loswerden Kugeln gleich meine, meine Eier Action vier, zack So, die Schuhe fertig Und jetzt Luke, ich schreib mir mal auf Instagram Dann finde ich dich direkt Wo sind deine Misthühner? Da hinten, warum? Creeper Ja Ja Ich logge ihn weg Boah, Junge, ist das weit mehr wegen Rückstoß gewesen Oh mein Gott, Junge, ich hab den fast ins Haus geschmissen Was wolltest du denn bei meinen Hühnern? Die Herde ausdünn Ja, mach gerne Okay, fertig Ich brauchte nur kurz ein paar Level Ich hab meine, wirklich meine ganzen Level-Fahrballat jetzt, ne? Aber ich bin jetzt auch sehr gut aufgestellt Guck mal, meine Rüstung Wow, Junge, Alter Ich muss auch unbedingt morgen nächstes Mal, wenn wir drin sind, direkt runtergehen, ne? Ja Jetzt hab ich Brustplatte auch vom Nether, das neue da Und alles verzaubert halt Protection 4, Protection 4, Protection 4 Ja, ja, Unbreaking, Mending, Mending Cool Also Rüstung wird, ja? Ja, sehr cool Ich würd nur noch für die Schuhe gerne Federfall haben, weil das einfach nice ist Ja, das glaub ich dir Dann kann ich von oben irgendwo runterspringen, juckt halt einfach nicht Ja, das stimmt Unter Wasser atmen juckt nicht Ah, find ich, find ich eigentlich schon geil Also abbauen nicht, aber atmen find ich schon ganz cool eigentlich Ja, dann bist du unter Wasser gar nicht Ja, wenn ich irgendwann aus Versehen unter Wasser bin Ja, dann nimm doch hier, ich hab so ein Buch doch schon längst gefunden Ja, mach ich dann da noch irgendwann Ich hab noch keinen guten Helm Obwohl auch eigentlich schon, aber Ähm, ich muss jetzt erstmal hier noch ein neues Schwert machen Das regt mich auf, Rico, dass ich noch kein einziges Schwert hier habe, was halbwegs gut ist, ne? Danke dir, Loki Da sind so viele Diamanten weg wieder Ja, ich hab, ich wollte mir einen Schwert machen, da hab ich die Hälfte genommen Also kommt wieder Verbrennen zwei Haltbarkeit drei Aber es ist halt nur zwei Denkst du, dann kommt nur Scheiße drauf? Ja, ne? Ja Schwungkraft, oh mein Gott, das ist nur ein Müll, Rico Oh, ich hab keine Level mehr So eine Scheiße Schwungkraft und? Ja, also könnte drauf kommen Oh, Schärfe vier hab ich hier Ich brauch noch ein Level Schwungkraft ist doch gut Ja, aber dann doch nicht nur, wenn Schwungkraft drauf kommt, oder? Wer sagt denn, dass das nur Schwungkraft ist? Ja, muss ich mir nochmal angucken, hast ja recht Aber jetzt hab ich halt Schärfe vier, das würde ich jetzt erstmal preferieren Ja, wenn da jetzt auch wieder ein Knockback kommt, ist es halt wieder Ja, ja, ist halt so Aber was soll ich tun, ne? Ich hab auch noch kein gutes Schwert Also ich hab Sharpness vier und Feuer Aber weiß ich nicht, ob ich Feuer so mag Ja Emeralds haben wir noch ein paar, ja Ich verbrenne mal einfach ein bisschen Hühnerfleisch, ne? Auch zu viel hier, ganz ehrlich Nimm doch aus dem Ofen hier gebrannte Sachen Gib doch auch nochmal Level Und ich hab halt wirklich gehört, dass Kaktusverbrennen richtig viel geben soll Aber Wüsten sind halt mittlerweile voll selten Und jetzt von hinten dich in die Lage Ja, okay Rico, ich hab Scheiße gebaut, ne? Was war so in dir? Schwert runtergebrochen Gott sei Dank war es nicht Diamonds, aber Du musst das halt theoretisch auch Also das macht auch mit der Lava irgendwie gar keinen Sinn für dich dahin Warum? Wenn du das so weit weg machst, kannst du auch einfach Sachen dahin schmeißen Weil da eh niemand langläuft Ja, aber ich bin doch da jetzt 30 Mal durch langgelaufen Ja, aber dann hattest du es jetzt gar nicht in Lava geschmissen Doch, einfach um das abzweck zu haben Du hast keine Level mehr, ne? Ja gut Ich glaube, das war es heute mit der Folge, ich bin dir ehrlich Ich werde mir nicht mal so eine OP-Axt und so machen Das macht keinen Sinn Ja, ich hab halt eine jetzt schon fast fertig, ne? Ja, aber nicht zum nächsten, meine ich Achso, ja, das weiß ich nicht, ne? Fast man ist halt easy Einfach nur, nicht mal Rüstung bräuchte man für den Drachen Ja, eigentlich schon, ne? Aber Spitzhacke ist schon, nice Wollen wir schlafen kurz? Ja, Spitzhacke ist nice Und einen guten Bogen brauchen wir halt Ja, das wäre halt cool Trink was Oh mein Gott, du hast recht Ich hab heute noch nichts getrunken Rico, hast du heute genug getrunken? Nein Nö Ich trinke nie genug Ich hab mich damit abgefunden Willst du mal das in der Woche? Oh mein Gott, Rico, hier ist ein Creeper Kümmer dich drum Ich hab's schon aufprobiert Ich krieg's nicht einfach so hin Da müssen wir irgendwie dann gucken Vielleicht machst du es mal eine Woche Dass ich dann dabei bin Dass ich dann jedem mal dir schreibe, wenn du trinken sollst Dann guckst du, ob sich vorher was geändert hat in deinem Leben Oder halt, um das heißt in deinem Leben Aber in deiner Wie du dein Körper dich fühlst und so Musst du mal ausprobieren Vielleicht nächste Woche Okay, Rico, wollen wir noch kurz in Fortnite gehen Oder waren wir heute im Stream beenden? Wir sind auch schon fett lang online, ne? Was kommt drauf an, was kurz heißt? Für 10 Minuten würde ich da nicht rein Ein halbes Stündchen so? Weißt du, so Kannst da mal reingucken Ja, ne, könnte man so benden Ja, dann wünsche ich euch Ich hoffe, Minecraft hat euch gefallen Wir gehen jetzt rüber zu einem anderen Spiel Bis dann, Leute Ciao Bis dann, Leute 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 Bis dann, Leute